Die Signature Serious Leg Extension Machine ist gebaut worden, um Ihre Oberschenkelvorderseite zu trainieren. Eine gut trainierte Oberschenkelmuskulatur hat viele Vorteile. Aber ganz besonders wichtig sind sie, um Ihre Knie zu entlasten und damit Verletzungen vorzubeugen. Starke Oberschenkel machen Ihre Beine besonders kraftvoll und schützen Ihre Knie. Dieses Gerät ist unglaublich effektiv, wenn Sie Ihre Oberschenkelmuskulatur aufbauen, stärken oder in Form bringen. Lassen Sie uns nun beginnen. Im Sitzen können Sie ganz bequem an den Gewichten den passenden Widerstand mithilfe des Pins einstellen. Gerne können Sie auch das abgestufte Zusatzgewicht mitnutzen. Nun stellen Sie das Rückenpolster ein. Nutzen Sie den Hebel auf der linken Seite der Maschine. Die Knie sollten sich dabei in einer Linie mit der Drehachse der Maschine befinden. Jetzt stellen Sie die Fußrolle so ein, dass sie etwas oberhalb Ihrer Knöchel aufliegt. Die Füße sollten dabei locker sein. Passen Sie nun den Bewegungsradius an. Wenn Sie den Hebel hierzu nach oben bringen, erreichen Sie den kompletten Bewegungsradius. Und wenn Sie den Hebel runterbringen, einen etwas eingeschränkteren Radius. Lehnen Sie sich nun zurück. Schultern nach unten, Bauch anspannen. Umfassen Sie die Griffe locker. Atmen Sie tief ein und beim Ausatmen strecken Sie nun die Beine. Aber achten Sie darauf, dass Sie diese nicht überstrecken. Achten Sie auf eine kontrollierte Bewegung. Lassen Sie die Gewichte nicht aneinander schlagen. Um die Übung zu beenden, lockern Sie einfach den Hebel der Fußrolle. Wiederholen Sie die Übung so oft Sie mögen. Aber wenn Sie das nicht überprüft haben, dann kann ich das nicht überprüft. Aber wenn Sie das nicht überprüft werden, können Sie das nicht überprüft werden.